So, hallo und herzlich willkommen zum Tagesquickie für den Donnerstag. Ja, wir schauen mal rein. Donnerstag, Vize-Freitag, ja da geht ja mal so einiges, hoffe ich. Und wir wollen mal in die Energien reinschauen. Was gibt es da Schönes zu sehen? Wir schauen allgemein rein, in der Liebe, was ist gut für dich? Die Botschaft aus der geistigen Welt, eine Karte aus dem schönen Eulen-Glückseligkeits-Orakel-Karten-Deck mit russischer Lesebrille, die kommt aber dann erst zum Einsatz. Ach ja, das ist die Altersweitsicht. Ich bin ja offensichtlich schon irgendwie alt, aber man will sich es immer nicht eingestehen. Ja, bin jetzt auch schon Ende 40 oder 48 und komme mir gar nicht so alt vor. Also ich weiß aber, wie ich klein war und habe einen 48-jährigen Mann gesehen, habe ich mir gedacht, was ist denn das für ein alter Sack? Bin ich jetzt ein alter Sack? Komme ich euch vor wie ein alter Sack? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Oder wie ist es denn bei dir in deinem Alter, in dem du bist? Fühlst du dich doch auch nicht alt? Also ich merke schon, wenn ich früh aufstehe, muss ich mir erst mal so ein bisschen einknacken, renken tun. Aber ansonsten fühle ich mich eigentlich ganz gut. Und darauf kommt es ja auch an. Also wir schauen die Energien an. Was ist am Donnerstag los? Ich bin ja immer wieder happy über die schönen Kommentare, die ich bekomme. Wenn es immer heißt, ja, ich schaue mir das immer morgens im Bad an, wenn ich mich fertig mache oder abends vorm Einschlafen. Na, da schaue ich nochmal, was bringt mir denn der nächste Tag so? Also ja, deswegen ist es ja hier auch nur, also nur der Quickie. Das heißt, wir sabbeln jetzt gar nicht lange rum und wollen mal schauen, was kriegen wir denn da so an Energien rein? Am Donnerstag ist es etwas Schönes. Jetzt geht es ja schon stramm aufs Osterwochenende zu. Und da haben wir ja viele frei. Viele müssen auch auf die Arbeit, vor allem Pflegeberufen, Notdienste, Schichtarbeiter und so weiter. Also von mir da auch mal ein herzliches Dankeschön. Ich weiß, wie das ist. Ich habe ja auch mal im Schichtbetrieb gearbeitet. Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, alles kein Spaß. Genauso wie meine Sonneneinstrahlung. Wir machen es aber wieder ganz schlau, weil ich bin schlau. So, wir schauen die Hauptenergie an. Was gibt es da zu sehen? Okay, also Schlange erstmal immer. Grundsätzlich, wenn kein spezifisches Thema da ist, ist es die Heilung. Und da heißt es für mich, ja, mal schauen, dass man am Donnerstag für sich selber in die Heilung gehen kann. Vielleicht mit einem Thema, das dir schon länger im Kopf herum geht. Denn hier ist auch noch der Mond gefallen. Der Mond, das ist die Karte der Gedanken. Ja, also denk, denk, denk. Wenn sich deine Gedanken vielleicht in der letzten Zeit immer wieder um ein Thema drehen, um einen Menschen, um eine Sache, um etwas, was du vor der Nase hast, dann ist da Zeit, in die Heilung zu gehen. Und der Tipp dafür am Donnerstag ist, ganz klar, die Dinge mal anders angehen, mal anders machen. Du siehst ja, die dunkle Wolke zeigt auf den Mond, das heißt, unklare Gedanken. Und wenn du unklare Gedanken hast, dann drehen sich deine Gedanken wahrscheinlich im Kreis. Und du kommst auf keine Lösung, auf keinen Weg. Und deshalb wahrscheinlich hier auch der Kompass gefallen. Das ist die Karte für einen Richtungswechsel. Also ein Problem, ein Thema, etwas, was du vielleicht gerade um dich herum hast, mal anders angehen, anders anschauen, anders lösen, vielleicht auch mal beiseite geben. Das Thema wird dann wahrscheinlich in ein paar Tagen immer noch da sein. Aber vielleicht hast du dann eine andere Idee, wie du das lösen kannst. Oder du schnaufst mal durch, gibst das ganze Thema mal ab und sagst, so, ich beschäftige mich jetzt damit mal nicht. Vielleicht löst es sich ja in Wohlgefallen auf. Kann auch sein. Und der Kompass, schöne Karte dazu, da geht es eben um einen Richtungswechsel. Mal die Dinge anders anschauen, anders machen, anders vorgehen. Also in Bezug auf Dinge, wo du ja so deine unklaren Gedanken hast, wo du nicht vorwärts kommst momentan. Einfach mal laufen lassen. Weil das ist tatsächlich so, viele Probleme lösen sich irgendwie einfach von alleine mit der Zeit. Und man hat dann am Ende viel zu viel Energie reingegeben und hat sich viel zu sehr damit beschäftigt, was es gar nicht gebraucht hätte. Das ist ja auch immer interessant. Aber wir schauen jetzt mal in der Liebe rein. Was gibt es denn da am Vize-Freitag so zu sehen? Also gut, die Hauptenergie. Oh, okay, die Mäuse sagen mir, dass du vielleicht in der Liebe gerade irgendetwas mit dir herumschleppst. Ist es konkret ein Herzblatt, ein Wunschpartner, ein Ex-Partner? Oder ist es vielleicht auch einfach die Tatsache, na, ich bin schon länger Single, jetzt würde mich mal interessieren, wie geht es denn da in der Liebe weiter? Wann soll denn da jemand kommen? Wer denn? Wo denn? Oh je, das können Dinge sein, die da an dir nagen in Bezug auf die Liebe. Aber es gibt Erfolg in Bezug auf deine Blockaden und in der Liebe. Also da, ja, sehe ich dein Thema in der Liebe gerade. Wenn du sagst, ich weiß nicht so genau, wie geht es da weiter? Was soll ich tun? Was soll ich machen? Der Schlüssel am Donnerstag. Es gibt Lösungen, Lösungen für deine Blockaden in der Liebe. Und dann darfst du jetzt also auch schon direkt verstehen, keine Panik, du musst dir keine Sorgen machen, du brauchst keinen Kummer haben. Nimm die Energien am Donnerstag mit, wenn du ein Herzblatt hast, melde dich mal bei ihm, ruf ihn an, schreib ihm mal, sorge für Kontakt, sende deine Signale aus. Frauen können das ja sehr gut, ihre Signale aussenden, dass das Gegenüber schon versteht, aha, okay, da könnte man ja vielleicht mal essen gehen, das intensiver werden lassen. Also am Donnerstag keine Panik, keine Scheu haben mit dem Berg, das sind ja so ein bisschen die Schwierigkeiten. Da ist Erfolg da, da sind Lösungen da. Ja, und wenn da die Liebe fällt, dann passt es ja sowieso schon. Also sehr, sehr schöne Energien für die Liebe, dass ich sie in Bezug auf das Thema, was da so an dir nagt, da geht es dann schon vorwärts. Also, wir schauen mal, was wir da noch kriegen. Jetzt geht es darum, was ist denn ganz besonders für dich richtig und wichtig? Wir schauen mal. So, was gibt es für Energien? Eine Karte, zwei Karten, drei Karten und die Hauptenergie für dich am Donnerstag. Spannend, spannend. Oh, ein Brief. Okay, das kann eine Botschaft sein, eine Nachricht, das kann aber auch Kommunikation sein. Also hier vielleicht eine Nachricht, ein Telefonat, ein Treffen, ein Gespräch oder eine schöne Botschaft allgemein für dich mit dem Bären. Dann, das ist Kraft, das ist Stärke. Oh, das ist ja eine super stabile Energie für dich am Donnerstag. Also A, glaube ich, da kommt eine Botschaft auf dich zu, die dich in die Kraft, in die Stärke bringt, die dich selbst stärkt in deinem Selbstbewusstsein. Das Kind, das ist ein Neubeginn. Also es scheint mir, als würde ich hier was Neues anfangen. Da bin ich sowohl hier oben als auch da in der Liebe angekommen. Kind, es fängt etwas neu an, es fängt etwas anders an, Dinge ändern sich, der Baum, Bindung, Wachstum, Stabilität, Gesundheit, also ganz, ganz, ganz tolle Energie hier für dich am Donnerstag. Also nutze das und bin mal gespannt, was das für eine Nachricht ist. Schau ja auch immer für mich mit rein. Wie wird denn mein Donnerstag so? Und wir wollen auch wissen, ja, was sagt denn da die geistige Welt dazu? Geistige Welt, die hat ja auch immer irgendwas zu sagen, möchte etwas mitteilen und wir werden es jetzt empfangen und schauen mal, was gibt es denn da für Hinweise noch für den Donnerstag. Also, gucken wir mal. Hauptenergie, Botschaft der geistigen Welt. Der Reiter, wunderbar, die allererste schöne Karte. Gute Nachrichten, positiver Aufbruch, positiver Ausgang an der Stelle für Dinge und Sachen, die du ja vielleicht um dich herum gerade so hast, wo du sagst, ja, das wäre ja mega, wenn da mal irgendwas vorwärts gehen könnte, sei es jetzt eine Wohnungssuche, sei es im Job, sei es mit bekannten, verwandten Freunden, sei es jetzt in der Liebe. Also, hier gute Nachrichten und auch da nochmal der Berg mit dem Hinweis, okay, am Donnerstag geht es schon darum zu schauen, wo komme ich denn eigentlich nicht weiter, na, der Berg darfst du anschauen, Schwierigkeiten, wo sind die, was soll das, was wollen die da? Ich darf dafür sorgen, dass die Dinge im Fluss sind. Ja, es geht auch, glaube ich, um Verbindungen bei dir, Verbindungen zwischen Menschen mit einem Menschen, das kann der Wunschpartner sein, kann aber auch irgendein Mensch sein, der in deiner Nähe, in deinem Umfeld ist, dass es da gute Nachrichten in Bezug auf deine Schwierigkeiten gibt. Also, das sehe ich hier, das sehe ich hier, das sehe ich hier, hier auch. Also, das ist, glaube ich, ein schöner Tag, der Donnerstag, wo du dann am Ende des Tages sagen kannst, okay, ich habe die Energien genutzt, na, und habe mir gewisse Themen, die um mich herum sind, genauer angeschaut, habe vielleicht auch mal mit jemandem gesprochen, habe Dinge geklärt, habe geguckt, dass ich vorwärts komme, also das nutzen, na, Energien sind ja immer da, um die zu nutzen. Und jetzt nutze ich mal meine russische Lesebrille, ach, das hätte ich auch so lesen können. Wunderbar, die Eule des Donnerstags sagt, lass es einfach mal gut sein. So, und das ist auch das, was ich anfangs schon gesagt habe. Wenn du dich viel zu viel in ein Thema, in ein Problem, in eine Sache hineingedacht hast, ja, und kommst auch irgendwie gar nicht weiter damit und merkst, boah, das raubt mir auch irgendwo Energie, dieses Thema, und ich komme nicht vorwärts, ja, dann lass einfach mal gut sein, nimm das Thema, nimm das Problem, pack es beiseite, tu dir Gutes, geh deinen Weg an dem Tag, überleg mal, was könnte ich für mich Schönes machen, worauf würde ich mich freuen, oder worüber würde ich mich freuen, tu dir einfach Gutes, na, und sei nicht so streng mit dir selbst, nimm das Leben nicht so ernst, von daher würde ich sagen, ja, lass mal das mal so stehen, ich bin gespannt, und damit auch, ja, bleibt gesund, seid lieb zueinander, und, genau, wir sehen uns ja dann beim nächsten Video, ciao. Ciao.